So dann wollen wir mal Ist ja schon gleich alles voll, wa? So Bin mal gespannt Dieses Mal kann ich das ganz entspannt kommentieren, weil ich nicht im Sprachchat bin Ja, moin, alles klar, hier, Tachechen Deswegen, mal gucken, mal gucken Ich bin bei einer Streamerin auf Twitch, äh, jetzt quasi hier im Game Und ausnahmsweise mal, wie gesagt, nicht im Discord, deswegen kann ich jetzt so viel sabbeln wie will Na, mal gucken Alles klar, ich bin sauber, das ist schon mal sehr schön So, schon eine gewisse Zeit lang nicht mehr gespielt in den Kram Mal gucken, erstmal wieder, äh, so Alles klar Hier ist nischt, da ist einer Mal kicken Wo sind erstmal die ganzen, wo ich denn alles klar hier, da ist ja schon mal die erste Aufgabe So, äh, jetzt habe ich mich ein bisschen hier So, was ist das hier? So, äh, ich hoffe, dass ich das richtig gemacht habe Boah, das hat schwierig, teilweise mit diesem Tab offen Alles klar Deswegen, dieses Mal muss ich mich auf den Chat hier konzentrieren, weil ich nicht im, äh, Sprachchat, ähm, Distanz Ich habe keine Ahnung, ich muss wohl einfach nur skippen, also Erste Runde ist dann mal ein bisschen schwierig Da kann man noch nicht wirklich viel rauskristallisieren Electrical, okay, Klassiker So, ich war es nicht Ich bin sauber Also Ja, Nick, das haben wir jetzt kapiert Wenn du reportest, dann mal dir auch eine Leiche Das, äh, das ergibt Sinn Ja Ja, was geht denn, ey, keine Ahnung Skip-Vote, das verzeiht ja zu sagen Ja, leichte Tendenz, mal gucken Solange keiner der Penner mich votet, ist alles gut Alles klar Skipp, skipp, skipp Wo war ich hier links musste ich hin Das ist genau, jetzt mal ein, ähm, mit Travel-P yah, so, was ist das? Achso What the fuck? So. Electrical. Ja, das ist natürlich der Lieblingsort von jedem Impostorspieler hier. Aber Mangel-Spieler meine ich. Jo. Und was haben wir noch? Wir haben hier jetzt vorbei. Communication. Kommunikation. Klack. Das hätten wir auch. Navigation erscheint irgendwo hier. Communication scheint irgendwas zu sein. Auch er hier. Zack. Zack. Und zack. Geh mal hier hin. Hier ist was. Oh, schön. So. Kennt ihr das auch bei jeder Aufgabe. Hofft man, dass nicht kurz zu Ende irgendein Report wird oder sowas. Ähm. Damit man seine Aufgabe noch zu Ende machen kann. So. Den hätten wir auch hier. Das ist aber eine lange Runde. Was weiß ich auch schon mal, ob jetzt. Ah. Ich wollte gerade sagen, ob schon jemand gekillt wurde. Ach. Was schreibt der denn so? So. 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 Smoke. Jetzt wird's erstmal die Kippe anmachen. ... bleibt es Ici nur aufmerksam. Ist so doof. Da müsste man erstmal wissen, wo Storage ist. Jaja hätte das ja noch nicht aufgespielt. Ah, ok, 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 dann ist es ja kein Wunder, dass ich die Leiche nicht gesehen habe. Mich überkommt gerade das dezente Gefühl, dass die zusammenarbeiten. Entweder sind die super cool miteinander und machen hier ein auf Team im Sinne von wir sind gut oder das sind beides die im Thorstar. Oder vielleicht auch nur einer und der verarscht den anderen, aber weiß man nicht. Hm. Ja, ich meine, dieser kurze Vote, ey. Es gibt keine Ahnung. Ich wollte gerade fragen, ob jemand von da weglaufen gesehen hat oder so. Das kann doch nicht wahr sein. Wo muss ich ihn jetzt wieder? Ach, hier oben war ich ja noch. Alles klar, selbstverständlich. Ähm. Ja, schon wieder, dann hatten wir ja schon ein paar. Ey. So. Ja. 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 Gehe ich mal zu upnennen. So. Upload, ganz klar. Moin, wo muss ich jetzt noch hin? Storage. Äh. Ey. Du mieser, dreckiger. Du mieses, dreckiges, kleines. Ey. 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 Fuck you einfach, Alter. Du kleiner, mieser Holzpimmel, ey. Ich glaub, hackt bei dir. Ne, wo ich bin, im Himmel, ich bin tot. Ich bin im Jenseits. Kann ja eh keiner vor dem Leben erlesen, insofern. Danke. Boah, dreckiger, mieser Pissbackenarsch, ey. Ey. Ey, Leute, ich hab ne helligere Gewohnung, wenn einer meiner Nachbarn mich hört. Die denken, was ist jetzt mit dem ab? Hier, das geht ab. Ja. Bin ich mal gespannt. Dreckiges. Ne. Bäh. Kann mal jemand jemanden rausvoten? Vergesse ich da. So, letzte Task hier. Das vergessen jetzt wieder. Man kann ja immer noch Task machen. Ach, jetzt hab ich's auch. Selbst wenn man Geist ist. Jetzt hab ich noch meinen letzten hier und dann ist alles tutti. So, das war's, ne? Das war's. So, jetzt kann ich nur noch klubschen und gucken, wie hoffentlich meine Mitstreiter gewinnen. Aha, mal gucken. Was macht Robby? Warum hupscht er so? Und warum braucht er hier oben so lange? Alles klar. Alles klar, du Hurs. Alles klar. Kann ich den Namen auch in der Ohr stellen. Ich weiß nicht, was ich da... Was ist das? Na gut. Ja. Boah, das ist mal wieder so eine Asi-Runde, ne? Also deswegen lieben wir ja alle dieses Spiel irgendwie. Es ist dreckig, fies und gemein, gefällt mir. Ich bin mal gespannt, was die machen. Okay, cool. Einmal hier. Oh, das war's. Das war's. Günther Lauch ist auch wieder da. Na mal gucken, okay, ich bin wieder sauber, wie fast immer, so bleiben wir mal hier oben. Alles klar. Schön, dass ich immer irgendwo hängen bleibe, so muss das Download selbstverständlich. So, nun, erstmal nicht hängen bleiben. Scheiße, das kommt mal wieder hin. Passt dann natürlich erstmal mal eine Runde. Warte, nun schon wieder los. Er kam spontan auf den Wind. Welches Grün hier stimmt? Okay, einfach klappen. Wieso bin ich eigentlich orange? Ich war doch eben noch nie da, habe ich irgendwas verpasst? Klassiker erstmal erst herum das Skippen. Skipp, Skipp, Skipp. Oh Mann ey, das wird wieder eine Assiwunde, ich merke das schon. So, latschen wir mal hier, ganz klar. Schön entspannt hier zum Projektor. Nicht hängen bleiben! Was? 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 Ah, geht doch. Oh Mann, was? Ah, ich hab ja auch noch nicht. Ah, ich hab jetzt mal einen Werber hier. So, Next, Electrical. Ja, der beliebtes Ort von allen. Ey, wenn mich jetzt einer bummst, ne? Weg dich. So, Trisikowski, Darius und Dra... Oder war das eben hier? Drappi, die scheinen vielleicht sauber zu sein. Mal gucken. Wer war denn nun schon wieder? Lass mich doch mal einen Scheiß machen, Alter. Äh, jo. Ich sag dir, Darius und Drappi, die waren eben bei mir. Vielleicht haben die aus Prinzip nichts gemacht. Nicht Dauber. Ja, mehr Tasse. Okay, ich schließe mich einfach mal an. Also, Drappi... Hat er gesagt Nick, oder was? Braun, sagt er. Der ist Braun, Wahl. Wachverlässung, da leiden wir hier links. Ja, hier. Boah. Ich weiß es nicht. Ich kann zwei, drei vielleicht ausschließen, aber ich weiß es nicht. Bevor ich jetzt jemanden hier verurteile, der es nicht war, äh... im Zweifel für den Angeklagten. Das ist mir noch nicht genug, Indiz. So, dann wollen wir mal hier weitermachen. Ähm... So, was ist das für ein Kollege? So, das hätten wir auch. Äh... Okay. Easy Game. Storage. Wahrscheinlich dieser Tank, ne? Ja, ist ja dieser Tank hier. Ach, lass mich doch mal einen Scheiß machen, du Affe! Siehst du, das meinte ich vorhin, ey? Man... Kannst du nicht eine Sekunde warten? Meine Güte, ey! Falls du mir nicht glaubst, ist es live on cam hier. Okay. 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 Elektriker, ja, natürlich, wie er wohnt sonst, ey. Klassiker. Jo. Ach, Darius kam entgegen. Oder Grius, meinst du? Ich hab ja gesagt, dass ich Darius so ein bisschen glaube, also, vielleicht macht sich Oberlauch gerade, äh, hier, äh, vernächtig. Soll ich jetzt Oberlauch voten? Wer hat denn, wer hat denn, wer hat denn reportet? Nick. Mhm. Oh, vielleicht der Safe, äh, Report hier. Ach, fickt euch alle, ey. Was soll ich jetzt? Nick oder Oberlauch? Ich will jetzt was machen. Ach, leck mich. Wenn der wenigen, äh, beschuldet, äh, beschuldigt, äh, beschuldigt, den ich für safe halte. Ja, das hat sich ja sehr gelohnt hier. Wer weiß, ich werde ihn nur im Auge behalten. So, was jetzt hier, äh, äh, so, dann kann ich ja noch wieder mein Kram weitermachen. Upload, dankeschön. Wenn ich jetzt halt rumbringe, ich bringe, ich hau euch allen auf die Fresse. Ach, Gott, ey, leck mich doch. Ich mach hier Feierabend. Ach, da ist noch was. Ach, Gott, äh, hier, ist er hier. Ne, ist er nicht. Ach, diesen, äh. Ja, ist doch gut. So. Äh, äh, storage. Ja, ich war ja bei dem, ja, das konnte ich ja eben nichts Ende machen. Vielen Dank, du Arsch. Er war das eben blau. Okay, vielleicht. Beide ich mal im Auge. So, äh, jetzt muss ich mich noch nach unten links, äh, so. Tap, 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 tap. So, lass mich den Scheife zu Ende machen. Ach, siehe einer. So, besten Dank. Alles. Ich bin finito. Ach, was. Die dreckigen, miesen. Ja, nicht schlecht, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen. things you can. Ich bin ja, nicht right nach unten. Oh, ehrlich olur. Ich bin ja, nicht so. Ich bin ja, nicht außerhalb. Ich bin ja, nicht nur ich eins. Ich bin ja, ich bin ja, nicht多 wel.